Das war 25 Punkte, Season High, guter Alli-Hoop! Gegen die Dragons im Rückspiel. Haha, ich wollte gerade sagen Unterzahl, aber Luca Karl kann eben auch Dreier treffen, Freunde. Da müsst ihr schon verteidigen. Aber da ist Karl. Ja, da darfst du als großer Mann den Ball nicht wieder runternehmen, sorry. Luca Karl, from coast to coast. Freud Lohaus zu übersetzen. Wie? Herrlich gespielt. Eberhard. Ja, passt. Woher? Ja. Hört sich. Boah, not in my house. Man, es gibt noch keinen Abschluss. Diesmal ist er gut. Wenn du das gegen die hinbekommst, kriegst du das auch mehr oder weniger gegen jenen hin. Wow. Das ist interessant, wenn du den wegkommst. Interessant. Ah, hat er genau richtig gemacht. Nein, ich meine, er hat da gegen Foster das Mismatch. Also... Also... Hatschak, gut. Hatten wir bei Cool in the Game. Was das nicht gerade ihre Stärke ist. Heinzmann, offensiv, rebound und dann rein. Ja, zeig ruhig die Muskeln. Darfst du nach so einer Aktion. So ein Fadeaway-Jumpsuit, ja. Foujic, auch noch? Auch noch! Wir bräuchten doch eigentlich mal einen Stopp in der Defense. Aber Eddie, Eddie, Geen und die Giants haben das gerade überhaupt nicht vor. Guter Backdoor-Kart zählt. End. 2,7 im Schnitt. Grant Dresler spielt die R-Gitarre mit Recht. 49 zu 32. Gut. Das zweite Mal, dass wir da so ein Block sehen. Stark, Eddie, Eddie Geen. Kein guter Pass. Liegt er denn da raus? Das ist ja Wahnsinn. Super Pass. Gut, dass er da raus spielt. Sehr gut. Wieder geht der Backdoor-Kart und wieder ist es die Chance. Jetzt ball es weg, rutscht weg, bitter. Low house. Okay. Man, der ist weit. Auf 13 ran, ja. Fünf Sekunden noch. Fünf Sekunden noch. Super Pass. Hoppatschack. Gut, der zählt noch. Gut, der zählt noch. Wieder geht der Backdoor-Kart. 30 zu 85 gerinnen die Bayer Giants Leverkusen gegen die PS Karlsruhe Lions. vorbei. Mach ship happens. Lilly. Frau sein. Bleist.